Island und Vietnam wecken bei Ihnen die pure Reiselust? Gut, denn mit der Stiftungsfamilie können Sie jetzt unvergessliche Urlaube gewinnen. Wie das geht? Ganz einfach. Werben Sie bis zum Ende des Jahres ein neues Mitglied für die Stiftungsfamilie. Der Clou? Mit jedem geworbenen Mitglied erhöhen Sie die Chance auf Ihren Gewinn. Und das geworbene Mitglied gewinnt ebenfalls. Also, gleich mitmachen und Reisegutscheine im Wert von bis zu 2000 Euro gewinnen.